Und jetzt noch ein kleiner Nachzügler, und zwar die Toolbar. Die Toolbar ist diese dunkle Zeile hier oben über den Fenstern. Ich habe dieses Video jetzt absichtlich ganz nach hinten geschoben, da in der Toolbar auch unser Playbutton drin ist. Mit dem Playbutton können wir unser Spiel, unsere Anwendung in der Entwicklungsumgebung sozusagen live testen. Und es macht natürlich Sinn, damit, wenn ich das gleich zeige, ihr auch wisst, was rundherum in den Fenstern passiert. Beziehungsweise was ihr da seht. Von daher habe ich das jetzt mal ans Ende gestellt. Ich würde sagen, wir starten aber zuerst mal hier oben links. Hier oben links könnt ihr euren Account aufrufen. Da kommen wir ganz normal auf die Webseite, auf der ihr euch angemeldet habt. Dann gibt es die Möglichkeit, sich abzumelden und die Unity-Version abzugraden. Der zweite Button öffnet einen Tab hier auf der rechten Seite, in der ihr die ganzen Cloud-Services angezeigt bekommt, die Unity anbietet. Die einzelnen Services, das sind jetzt wieder extra Themen, die wir nochmal getrennt behandeln müssen. Aber nur, dass ihr wisst, wo das Ganze zu finden ist. Plastic SCM ist ein weiteres System, um kollaborativ an Unity zu arbeiten, an einem Unity-Projekt. Man kann also entweder das interne Unity Collaborate benutzen oder das SCM. Wobei das auch eine Anmeldung mit monatlichen Kosten erfordert. Dann gehen wir kurz noch hier rüber. Die Sache mit den Layouts hatte ich ja gezeigt. Dann kann man hier unter Layers bestimmte Layers in unserem Inhalt aktivieren und deaktivieren. Zu Layers kommen wir ja später noch. Wenn ich die Lupe anwähle, komme ich auf so ein allgemeines Search-Fenster. Mit diesem Search-Fenster kann ich Elemente innerhalb von Unity, innerhalb von dem Projekt suchen. Ich kann sowohl in dem Projekt-Fenster suchen, also alle Elemente, die in dem Projekt gespeichert wurden. Oder ich kann auch nur in der Hierarchie suchen, also nur in den Elementen, die aktuell dann in der Szene sind. Da kommen wir gleich noch dazu, zu den einzelnen Fenstern. Ich kann die Suche dann auch speichern. Ich bekomme, wenn ich suche, hier so eine Liste von Ergebnissen. Diese Liste kann ich dann abspeichern. Ich kann die hier auf verschiedene Arten anzeigen lassen und vieles mehr. Okay, und als letzter Punkt hier rechts oben wäre dann noch die Undo-History. Wenn ich die öffne, dann geht hier meine Liste auf, meine Liste der letzten Aktionen, die ich so gemacht habe. Und ihr seht, meine allerletzte Aktion war Scale Cube. Und ich kann jetzt in dieser Liste einfach an eine bestimmte Stelle springen und die letzten Aktionen rückgängig machen. Sagen wir mal, die Skalierung hat mir nicht gefallen, kann ich also einfach einen Schritt zurückgehen. Und wie ihr seht, wurde die Skalierung jetzt rückgängig gemacht. Eine kleine, aber wichtige Sache ist natürlich hier oben unser Abspielknopf, unsere Pause-Taste und Bild vorwärts. Mit dem Play-Button starten wir unsere Anwendung. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier mal eine kleine Animation auf die Kugel gelegt. Also, wenn ich Play klicke, wird meine Animation abgespielt, beziehungsweise mein Programm startet. Was immer da noch passiert, Interaktion, Animation und so weiter. Dann kann ich jederzeit die Pause-Taste drücken. Und wenn ich im Pause-Modus bin, wird das Ganze abgestoppt. Und dann kann ich von da aus Bild für Bild, also quasi Frame für Frame, vorwärts gehen. Und entsprechend bewegt sich jetzt mein Ball auch hier langsam vorwärts. Der wird ja am Ende immer so ein bisschen langsamer. Und dann geht es wieder rückwärts. Der Play-Button und der Play-Modus ist letztendlich dazu da, damit man sein Spiel schon in der Entwicklung-Umgebung testen kann oder seine Anwendung. Das Schöne ist, dass wir während die Anwendung läuft, auch die Parameter editieren können. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, mein Ball ist mir ein bisschen zu klein, lass mal sehen, wie das aussieht, wenn er größer ist. Dann kann ich jetzt während das Ganze läuft, die Skalierung zum Beispiel ändern. So, dann könnte ich zum Beispiel sagen, ja, es wäre doch ganz schön, wenn es hier vielleicht jetzt noch einen Cube gäbe, der keine Ahnung was tut, meinetwegen hier unten drunter ist und ein bisschen größer ist, sodass es aussieht, als würde der da drauf entlang laufen. Wie auch immer. Also, wie ihr seht, habe ich die Möglichkeit, während das Ganze jetzt Realtime läuft, in die Parameter einzugreifen oder sogar die Szene umzugestalten und die Objekte zu ändern. Jetzt gibt es nur ein kleines Problem, Vorteil und Nachteil. Sobald ich wieder hier Stop drücke, ist alles wieder resettet auf den Ausgangsstatus vor dem Start. Mein hinzugefügtes Objekt ist verschwunden und die Parameter haben sich zurückgesetzt. Das Gleiche gilt aber nicht nur für Hinzufügen von Objekten, sondern auch, wenn ich Objekte aus der Szene rauslösche. Obwohl ich die jetzt gelöscht habe, sobald ich das Ganze wieder stoppe, wird auch wieder diese Liste resettet, das heißt, mein Objekt ist wieder da. Warum wird das gemacht? Naja, man kann sich's denken, wenn man im Testmodus, sozusagen im Flow, verschiedene Parameter ändert. Manchmal ändert man so viel, dass man zum Beispiel nicht mehr weiß, wie war eigentlich meine ursprüngliche Einstellung. Oder man löscht vielleicht aus Versehen irgendwas, was man aber dann doch nicht weghaben will. Und dann hätte man quasi sein Projekt zerstört. Also dieses Live-Editieren-Können ist eine prima Sache, um Dinge zu testen und anzupassen. Aber ihr müsst die Sachen, die ihr geändert habt oder anders haben wollt, dann notieren und sie im Off-Modus dann sozusagen nochmal eintragen bzw. ändern.